Du willst dir Locken machen, hast aber gerade keinen Lockenstab parat? Kein Problem! Wunderschöne Locken lassen sich auch ganz leicht mit einem Kletteisen zaubern. Die besten Ergebnisse erzielt man mit einem Haarkletter, der eine abgerundete, ebenfalls erhitzbare Oberseite hat. Schritt 1. Hitzeschutz auftragen Vor dem Styling das Haar mit Hitzeschutzspray einsprühen, um es vor der Hitze zu schützen. Schritt 2. Strähnen eindrehen Eine Haarsträhne abteilen, das Kletteisen ansetzen und nach außen drehen. Je langsamer man das Kletteisen durch das Haar zieht, desto definierter wird die Locke. Schritt 3. Locken fixieren Jede Locke mit einer Haarklammer am Kopf befestigen und auskühlen lassen. Anschließend die Haare leicht mit den Fingern durchkämmen. Tipps für längeren Halt Schaumfestiger vor dem Styling verwenden, um den Halt zu verbessern. Zu viel Haarspray ersperrt die Haare, deswegen sollte man nicht zu viel verwenden. Und auf Conditioner am besten komplett verzichten, da dieser die Haare zu glatt macht.